Ja, beim Retweeting geht es eigentlich relativ simpel darum, dass man halt Dinge, die man halt von Freunden empfohlen bekommt, spannend findet und dann dementsprechend sagt, das könnte auch für meine Freunde spannend sein, dass man das dann retweetet, damit die Freunde, die man hat, auch davon was haben. Relativ einfach zu erklären, mehr ist es eigentlich nicht.